Marco Reus und André Schürle schlendern die Strandpromenade von Sopport entlang. Bundestrainer Löw gönnt seinen Spielern einen freien Nachmittag. Die meisten nutzen die Gelegenheit um ihre Frauen oder Freundinnen zu treffen. Thomas und Lisa Müller vom Strand zurück zum Hotel. Lisa Müller und Manuel Neuers Freundin Katrin Gilch waren zum Viertelfinalspiel gegen Griechenland nach Polen gereist. Ebenso dabei André Schürles Schwester Sabrina und seine Freundin Sandra Schönig. Es ist der zweite freie Nachmittag der Nationalspieler. Auf Stippvisit in Sopport waren bereits Tim Wiese, Ilkay Gündogan, Sami Khedira, Mesut Özil und Ron-Robert Zieler. Kraft tanken für das große Ziel, den EM-Titel zu holen.